Ihr könnt bald Kanalmitglieder werden, yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Wahrscheinlich könnt ihr dann demnächst, vielleicht sogar schon heute, Kanalmitglied werden bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Was das für euch bedeutet. Was ist die Kanalmitgliedschaft? Die Kanalmitgliedschaft ist die Möglichkeit, den Creatern etwas Geld zur Unterstützung zu geben. Was ich mit dem Geld machen möchte, werde ich später in diesem Video hier erklären. Aber es geht zunächst erstmal darum, was bekommt ihr? Was bekommt ihr? Ganz einfach. Wenn ihr 2 Euro, also 1,99 Euro bezahlt in Deutschland, in Schweiz, Österreich oder sonst da wo, könnten die Preise leicht abweichen. Wenn ihr in Deutschland 2 Euro bezahlt, bekommt ihr dafür Logos für meine treuen Fans, yay! Neben eurem Benutzernamen, in dem Fall ein rotes Herz und Emojis und das für Tier 1 und ihr erfahrt zuallererst von neuen Inhalten. Dazu kommen wir gleich. Und Tier 2 bezahlt ihr 5 Euro im Monat. Und es gibt dafür Erwähnungen von den jeweiligen Unterstützern. Das seid dann ihr. Wer Tier 2 bezahlt, wird am Ende meiner Tutorials namentlich von mir genannt. Da würde ich dann alle Tier 2 Unterstützer am Ende meiner neuen zukünftigen Tutorials namentlich nennen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Es werden auf jeden Fall noch weitere Angebote hinzukommen, die dann bei dem 5 Euro mit drin sein werden. Da lasse ich mir noch was einfallen. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare Vorschläge reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Die Emojis kann ich euch nochmal hier ein bisschen besser zeigen. Hier, da haben wir einmal den Wave Emotes. Einfach nur winken. Dann Strohhut, Raffi, die Seegurke von Cian. Hallo Cian. Und Bild hoch, Bild hoch kennt wahrscheinlich jeder von euch, der die Events verfolgt. Die Community Events und ähnliche Memes wird es dann auch in zukünftigen Emotes geben. Weil das nächste Emote, das fünfte, kriege ich schon nach zwei weiteren Mitgliedern. Und hier ist dann auch eine Liste, wie viele Mitglieder ich für wie viele Emotes brauche. Zum Beispiel bei zehn Mitgliedern habe ich sieben Emotes, bei 30 Mitgliedern zehn Emotes und so weiter und so fort. Das geht dann runter bis 5000. Aber da soll ich sie dann ansprechen, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Wäre natürlich sehr interessant, wenn das passiert. Aber nein, das passiert natürlich nicht. Bei den Logos kann es sein, dass ich mir noch was anderes ausdenke. Aktuell gibt es hier dieses wunderschöne Herz. Zu den Teaserns neuen Inhalten. Wo ihr die findet, das wird dann in meinem Kanal im Community Tab einfach sein. Und da gibt es dann nur für Kanalmitglieder dann Postings. Die können dann nur Kanalmitglieder sehen. Und da habe ich schon den ersten gepostet. Den könnt ihr leider jetzt alle sehen. Nein, Spaß. Wieso leider? Aber da werde ich dann alles mögliche posten. Vielleicht auch kleine Abstimmungen machen. Nur für Mitglieder etc. pp. Da kommen auf jeden Fall dann irgendwelche Teaser zu neuen Projekten, an denen ich arbeite. Zuerst nur für Kanalmitglieder. Und da kommt dann sicherlich eine ganze Menge von mir, was ich dann ankündigen werde. Und vielleicht seht ihr dann auch ein paar abgebrochene Projekte, wenn ich dann irgendwie was zeige und sage dann, ja, das wollte ich machen, hat aber nicht ganz funktioniert oder so. Halt irgendwelche Hintergrundinformationen, die dann eigentlich nur für Kanalmitglieder sind, die die restlichen Leute nicht wissen müssen. Gut. Zu dem wichtigsten Punkt, was passiert mit dem Geld? Das Geld würde ich für meine Community-Events verwenden. Ihr wisst, ich stelle da immer Preisgelder. Und das nächste Community-Event ist jetzt schon am, also startet am 24. September. Also nächste Woche Freitag wahrscheinlich. Und ich bezahle ja immer alles von meinem privaten Geld bis jetzt. Und das wird auch so bleiben. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich etwas entlastet. Wenn ihr sagt, hey, komm, 1, 2 Euro, hier 2 Euro, das ist doch kein Thema. Bezahle ich, dann muss Don nicht immer alles aus eigener Tasche bezahlen. Das ist doch eine schöne Sache. Ich denke mal, ihr könnt das auch entbehren. 2 Euro. Und wenn 10 Leute 2 Euro bezahlen, ich bekomme leider nur 70% nach Abzug von Steuern und Gebühren. Also nicht mal die 70%. Ich kriege vielleicht nur die Hälfte, wenn überhaupt. Es ist halt nur 1 Euro statt 2 Euro, der bei mir ankommt. Aber sagen wir mal, es kommt 1 Euro an. Dann ist es immer noch 1 Euro Unterstützung. Und das ist doch eine schöne Sache, denke ich mal. Ja, es geht um die Community-Events und um die Preise dahinter. Dass ihr das wisst, wofür das Geld verwendet wird. Dann kann ich vielleicht noch größere Preise stellen oder halt mehr Events machen. Und habe dann einfach mehr Preisgelder zur Verfügung für noch mehr Events, noch mehr Ereignisse, noch mehr Geschenke für euch etc. Also das Geld, was zu mir kommt, kommt wieder zurück zu euch. Es ist eigentlich nur eine Umverteilung. Gut. Dann aktiviere ich auch Supers. Superschat und Superssticker. Whatever. Das ist eine Möglichkeit. Da könnt ihr dann im Chat, in den Live-Chat, könnt ihr dann für Geld eure Chat-Nachrichten anpinnen. Und das Geld wandert dann natürlich auch in meine Tasche zum großen Teil. Und wird ebenso dafür verwendet, für die Community-Events. Also wenn ihr keine Kanalmitgliedschaft wollt oder bereits Kanalmitglied seid und noch was zusätzlich zahlen wollt, könnt ihr das dann über den Superschat machen. Nur zur Info. Gut. Danke auf jeden Fall an alle Interessenten. Und heute Abend nicht vergessen Among Us und morgen Abend kommt dann wieder ein Tutorial-Livestream. Genau. Tutorial-Livestream. Wo haben wir es? Live-Tutorials. Dann das dritte. Morgen Abend ab 21 Uhr. Ihr habt schöne Wünsche in eure Wunschliste geschrieben oder in meine Wunschliste und könnt dort gerne auch noch weitere Wünsche hineinschreiben. Ich lese mir das alles durch. Und dann gucken wir mal, was sich umsetzen lässt live und was nicht. Gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüssi. 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 Tschüssi.